In Kindberg ist die Stadterneuerung gut gelungen und sie ist bunt. Denn unter fast 40.000 Teilnehmern am steirischen Blumenschmuckwettbewerb 2019 ist Kindberg mit fünf Floras unter den schönsten Städten Steiermarks. Da kann man als Bürgermeister schon stolz sein. Natürlich ist ein stolzer Bürgermeister, wenn wir fünf Floras bekommen, das heißt die höchste Bewertung im Landesblumenschmuckwettbewerb. Und das zeigt auch nach dieser Umbauphase Kindberg neu, dass wir das richtig gemacht haben, dass wir eine Blumengestaltung haben, die bei den Menschen ankommt. Das höre ich und das spüre ich und das ist das Schöne. Wunderbar ist es auch, dass wir nicht im Herzen erblüht sind in Kindberg, sondern auch mit den Blumen und das bewertet von einer Landesblumenschurie. Dass dies gelingen konnte, ist unter anderem auch der mühvollen Arbeit der Stadtgärtnerei zuzuschreiben. Es war ein Riesenprojekt, das wir da gestartet haben in Kindberg. Aber es ist sehr gut gelungen. Es war sehr viel Arbeit und sehr viel Liebe und Mühe reingesteckt in die ganze Arbeit in Kindberg. Aber es ist sehr gut gelungen und wir sind sehr froh, dass es jetzt so schön ist. Die Leute freuen sich, wir freuen uns. Und wie man sieht, gefällt es auch den lautes Blumenschmuckbewerb, weil wir gewonnen haben mit den fünf Floras. Also wir sind sehr froh und sehr stolz auf Kindberg. Wie groß ist das Team der Stadtgärtnerei? In der Gärtnerei sind derzeit fünf Leute beschäftigt. Das bin ich mit drei Damen und einen Hilfskraft, der mich sehr unterstützt. Wer entscheidet, welche Blumen wo gepflanzt werden? Also die Bepflanzung der Stadt war ein Gemeinschaftsprojekt von mir mit dem Herrn Kubart aus Mitterdorf und der Innenarchitektin der Stadt, die Frau Hanna Feuchtenhofer. Und gemeinsam haben wir das Ganze gestaltet und gesetzt und bepflanzt. Jedenfalls kann man schon jetzt anhand der Gäste erkennen, dass Kindberg als Bärle des Mürztales, genannt, gern besucht und fotografisch festgehalten wird.